Das ist eigentlich hier auch das Erfolgsrezept, dass wir hier locker miteinander umgehen, dass jeder alle Fragen stellen kann und dass wir uns nur so weit vortasten, wie die Teilnehmer auch bereit sind. Mein Name ist Manfred Möhmann und ich bin sehr kurz ein Digitaler bei der Volksrealität. Portusche, das ist das Zeichen für den Google Play Store. Und hier sehen Sie jetzt, sind wir einmal bei den Spielen, bei den Apps oder bei anderen Angeboten. Aber ich möchte es nicht mehr missen. Wie gesagt, da meine Kinder weit weg sind und meine Enkel, steht man immer im Kontakt nicht. работе! Möhmann Schöne Schöne